ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge doom wir befinden uns wieder im live let's play hier auf twitch und du befindest dich in einem video der gerade zusieht hier ja was schön ah meine sicherheit in dem bereich kann nicht gewährleistet werden okay so warte mal ja von hier sind wir gekommen war das ich glaube gestern ja genau gestern so ist ein tag später übrigens für die leute die auf youtube zu sehen jetzt ein collectable das nehmen wir noch mit dem kodex eintrag ein neuer monster mankobus jetzt halt doch mal den oh gott jetzt geht's zur sache ja zurück mit euch in die hölle ihr dämonen säcke ihr verdammten fleischsäcke wie war das noch mal mit sprüche ich hab's ganz vergessen ich sollte vielleicht mal nein ich muss ja eh granaten werfen von so an passt ja ich sollte vielleicht mal die waffen wechseln ah cool da geht das schild sofort dauern na kommt her ihr fleischsäcke ihr seid so hässlich wie die nacht so und da platzt einfach mal der fred ja ua oh gott ich hab wenig muni wenig leben oh gott oh gott das schaffe ich nicht oh gott ciao ich sollte ein bisschen mehr in bewegung bleiben nein was aua lass das aua nein ich hab nichts gesagt nein du hast fußpelz du hast definitiv fußpelz so verdammt okay ich muss das ein bisschen anders angehen ich sollte vielleicht nicht da hinten bleiben sondern mehr in bewegung bleiben sondern mehr mich umsehen ob ich auch ein bisschen muni finde weil wir sind ein bisschen ja knapp was munition angeht und da sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr rumlaufen so ich weiß nicht warum die capture karte mal die crew einstellt ich weiß nicht warum die möchte glaube ich dass diese crew spiele schauen wir mal so also wieder zurück ich nehme leben ja halt alter halt den bubble so was 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 denn jetzt ah cool ich bin einfach mal irgendwie durch die gegend geflogen keine ahnung einfach mal ich weiß es nicht ich nehme das jetzt einfach mal ich habe keine ahnung bin mit einfach mehr mit der drohne mit geflogen ist eigentlich sollte das nicht so sein aber nun gut so da fahren wir eh nicht viel muni jetzt denke ich werde ich trotzdem noch mal auf raketenwerfer und wie cool hat uns irgendwie einen kleinen vorteil verschafft glaube ich so ciao jungs so komm mal da hinten ist action lass das lass das dann können wir die von hier aus erledigen nein läuft auch jemand was wer schießen darf hör auf komm ich da rüber so auf kreuzschuss hier gibt es noch leben das nehmen wir mit weil wir schon einmal hier sind yeah 150 so dämonensäcke es wird zeit für euch zur hölle zu fahren so warte mal wir haben nicht immer so viel munition ich glaube ich nehme das plasma gewähr mal und die die super schrotwinte komm wenn wir schon einmal dabei sind und die säge können wir aber wieder nutzen zeit für schnitzel yeah wer will noch mal wer hat noch nicht ich glaube bevor ich jetzt da das dings auslöse werde ich nochmal eben ach guck mal an wie praktisch das kann ich gut gebrauchen weil jetzt geht es gleich zur sache ja ich scheiß was auf euch ja fred da mach ich dich einfach mal einen kopf kürzer oh okay geh weg äh äh was lass das komm her du hast Mundgeruch geh weg lass das lass das aua alter uah 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 nein uah kämpfen die ich habe schon wieder gegeneinander ne kann das sein so geh weg du stinkst nach Maggi oh und er schon wieder den habe ich ja so vermisst den habe ich ja sowas von vermisst den habe ich ja so vermisst den dicken hier haben wir für den auch schon Namen eigentlich geh weg lass das guck mal hier du hast da was im Gesicht ey sowas schmerz so so ich glaube oh wir haben einen Waffenpunkt erhalten ich glaube es war es ne Gott sei Dank wir sind Ruhe ähm Plasma Gewehr und den ja den das Gauss Gewehr ich schau mal eben wegen den Waffenpunkten was haben wir denn hier noch ach guck mal das können wir uns nicht leisten das ist zu teuer kost 6 Geld haben wir nicht aber hier bei der Chaingun verringert die Aufladezeit der mobilen äh Lafette drastisch ja das nehmen wir mal haben wir denn bei unserer ah ok Rüstung können wir nichts erweitern ok dann geht's weiter so haben wir hier irgendwas an Secrets auf der Karte ich schau mal eben ach guck mal da hinten da müssen wir wahrscheinlich auch hin das müssen die Richtung sein da ist auch ne Tür ich schau mal eben bei der Tür geht's nach da ich frag mich wo es da hingeht ok warte die Höllenbrot muss einfach wieder zurück ah ok wir müssen eh hier lang aber ich möchte doch trotzdem nochmal gucken ob wir vielleicht hier irgendwo hinkommen wegen dem Secret toll was haben wir hier Kran zurücksetzen was heißt das ah ja wo kommen wir da hin ah da wären wir zur Drohne gekommen aber das haben wir ja schon wir sind irgendwie komischerweise durch den Bug da mitgeflogen naja nur gut brauchen wir nicht ich geh mal erstmal links lang um mal zurück ciao ach guck mal der Revenant hey mein Freund guck mal hier du hast blaue Blubberbläschen im Gesicht und du musst zum Zahnarzt hab ich dir gesagt du hast Karies im Gesicht guck mal da hinten waren wir auch nicht gewesen kommen wir da irgendwie rüber ach cool erstmal da rüber springen so bisschen mitnehmen Lebensenergie auch so wir schreiten definitiv weiter voran ah wie geil die Rune ich hab schon gedacht wir kommen da nicht mehr hin Runeprüfung schalte mit der Kampfschrotflinte alle Ziele aus bevor die Zeit abgelaufen ist deine Gesundheit ist sehr niedrig nutze Rüstung um zu überleben klingt spannend was schönen guten Abend Gotox ich grüße dich willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live Let's Play von Doom gepanzerte Offensive da hab ich mich grad verschluckt ein bisschen ah wie cool läuft heute schön das eine Let's Play Adams Venture auch schon aufgenommen jetzt Doom und da gucken wir gleich mal gleich noch ein bisschen Multiplayer mal schauen so oh Gott wo finde ich Panzerung ciao na wo ist denn Panzerung ah hier geh weg lass das ich sollte vielleicht nochmal ein paar Gegner finden damit ich hier ein bisschen Zeit kriege hör auf damit hab ich dir gesagt na lass das oh aua oh was willst du mich verraschen natürlich so ein dicker auch noch hör auf damit hör auf damit hör auf bam ins Gesicht nein was oh Gott das ist mies das ist echt mies alter Schwede huah boah ist das gemein alter ist das gemein so boah ist echt schwierig aber ich denke mal dass wir das hinkriegen so das ist definitiv machbar bam weg mit dir weg mit dir du Vogel so fünf von acht huah was wieso kommt der hier weg mit dir du hast aber am hals es war schmerz yeah so wenn du Dämonen mit Glorykills ausschaltest hinterlassen sie Rüstung oh das ist super das kann man gut gebrauchen tja Klangkasma und Daria verloren beim Revlobot naja man kann nicht immer gewinnen man kann nicht immer gewinnen das weiß man wenn man Videospieler ist man kann nicht immer gewinnen so alter Verwalter so ich muss unbedingt auch nochmal wieder Far Cry aufnehmen man ich seit Doom und Adams Fans schauen so komme ich da gar nicht mehr zu ich glaube drei Let's Plays sind mir schon echt wieder zu viel so da bin ich wieder hallo Duckplanton willkommen zum Live Let's Play so da werden wir wieder Rune abgeschlossen sehr schön ich schmeiße mal eine Granate 7 von 30 meine Gott ich meine Gott vor allen Dingen mein Gott ich sollte mal zusehen dass ich mal mehr Granaten schmeiß demnächst wie weit sind wir eigentlich mit den Runen ich wollte mal eben schauen ah ok 304 von 500 Munitionsgegenstände sammeln ok schalte mit Glorykills aus 48 von 75 das klappt super ja das mit den Ausrüstungsgegenständen ich schau mal was haben wir denn noch für eine Runen jetzt hier bekommen sammle 2500 Rüstungspunkte und wenn wir Glorykills ausschalten hinterlassen sie Rüstung das kriegen wir eigentlich eigentlich dürfen wir das hinkriegen ich nehme das mal das kriegen wir besser hin als wir die Granaten zu werfen ich schmeiße so wenig Granaten von hier sind wir gekommen genau hallo Jungs bam da und schon den ersten Glorykill was ist das aua was oh Gott wo kommst du denn her hier bam am Kopf geschmissen die Granate was ist was im Auge so oh Gott höher ich glaube da müssen wir hin ähm so hier lang und hier lang und hier lang oh Blubberbläschen ja weg mit dir dein Kopf ist so hässlich weg mit euch weg mit euch hab ich gesagt so erstmal einsammeln Kettensäge auspacken was kann ich hier ich kann R3 drücken wofür okay Zugang verweigert war ja klar so ich starte mal eben die Runde und dann yeah hole ich mir erstmal oben da schnell laufen yeah yeah doppelt hält besser komm her Revenant es wird Zeit für dich zu sterben lauf nicht weg hallo mein Freund oh da spawnt jemand ich weiß nicht wer es war irgendwas wenn man spawnt da ja nach hinten gucken ist besser für dich guck mal hier so du brauchst nicht sehen der Devil sieht auch nicht der ist auch blind so ciao du Monstervieh zurück mit dir in die Hölle deine Mama hat angerufen es gibt Kuchen blutigen Kuchen hab ich dir gesagt und du bist die Hauptspeise so hör auf hab ich wieder gesagt guck mal Gieseler ist auch schon wieder da ich sollte mal gucken eben wegen der Waffe warte mal äh Chain da nehmen wir mal yeah yeah drrrrrrrrrrrr und wieder einen Waffenpunkt erhalten sehr schön feiere ich ein bisschen können wir mit dem Schiff nicht einfach abhauen einfach nach Hause fliegen irgendwo hin ja